Die erste spannende Frage ist natürlich bei Open Education Resources, was ist eine Open Education Resource, eine freie Bildungsressource denn überhaupt wert? Das ist eine spannende Frage, weil man könnte lapidar meinen, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Aber so einfach kann man das natürlich nicht abhandeln und daher gibt es also eigentlich zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist Input-orientiert und der andere Output-orientiert. Input-orientiert heißt eigentlich, man hat etwas umgesetzt und versucht zu messen, was das jetzt wert ist. Das könnte zum Beispiel sein in Form von Arbeitszeit. Man hat x Stunden verbraucht, um also ein Material zu erstellen. Das sind die Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden kann man mit einem Stundensatz rechnen, wobei man hier meistens ehrenamtlich Arbeitszeit, dafür gibt es einen Stundensatz, ansetzen kann. Oder man geht zum Beispiel auch her, wie im Fall der Wikipedia, da gibt es also auch hier Masterarbeiten darüber, wie man zum Beispiel den Wert der Wikipedia bestimmen kann. Und den kann man natürlich bestimmen, zum Beispiel aufgrund Anzahl der Wörter. Also es sind so viele Wörter in einem Artikel, man rechnet hoch, wie lange man etwa für so einen Umsatz eines Artikels braucht und kann also daraus den Wert dieser freien Bildungsressource einfach hochrechnen. Oder man geht auf Edits los, wie oft wurde editiert und so weiter und versucht also hier wieder etwas zu rechnen. Das heißt in Summe gesehen, also geht es, wie lange hat das gebraucht für die Erstellung und das macht man an irgendeinem Satz fest und rechnet also hoch, was es gekostet hätte, diese Materialien am Markt also einfach zu erzeugen. Und daraus bestimmt sich dann also der Wert dieser Bildungsunterlage im Falle eines input-orientierten Ansatzes. Der zweite Ansatz ist output-orientiert. Das würde heißen, was ist der Wert für den eigentlichen Nutzer und den Benutzer dieser Bildungsressource. Das heißt, es könnte sein, was ist das Buch am Markt wert, wenn es herauskommen würde, was sind vergleichbare Konkurrenzprodukte. Man könnte auch sagen, der Wert zum Beispiel messen, indem man sagt, was ist bei anderen Produkten, bei den Konkurrenzprodukten gibt es Einsparungspotenziale, die werden schlechter verkauft. Das ist also der Wert dieser Bildungsressource. Was ist PR, Marketingansatz wählen und sagen, okay, die Verbreitung ist zu groß und das kostet uns zu viel und so weiter. Es ist also, wie man sieht, relativ schwer. Man kann also hier natürlich ein paar theoretische Ansätze wählen, aber es ist natürlich schwer zu bestimmen, was ist eigentlich wirklich der Wert dieser Bildungsunterlage, weil man natürlich nicht real monetäre Werte ansetzen kann. Aber natürlich, wie man es aus dem Marketing können, können wir sagen, wir haben x Downloads und das würde also das und das einem sogenannten Werbewert entsprechen. Und so versucht man sich also auf den Wert der Bildungsressource quasi irgendwie zu bewegen. War die erste Frage. Die zweite Frage ist jetzt Finanzierungsmodelle. Jetzt ist natürlich eine noch spannendere Frage, wie finanziert man also freie Bildungsmaterialien? Das kostet nichts. Der Benutzer kann sie also frei verwenden. Das heißt, also da ist kein direkter Geldfluss. Aber trotzdem ist natürlich so etwas, was nichts kostet, heißt ja nicht, dass es quasi auch gratis erstellt wird, sondern natürlich auch die Erstellung durchwegs sehr hohe Kosten oder die gleichen Kosten, wie herkömmliche Bildungsmaterialien verursachen. Und da gibt es also zwei Ansätze. Ich darf das also kurz malen. Wenn ich also hier in der Mitte den Kleid sehe, das ist jetzt mein OER-Material. Ich schreibe also hier OER hinein. Das ist das Bildungsmaterial, das erstellt worden ist. Und jetzt kann es also sein, es gibt jetzt die erste Möglichkeit, die heißt dann Fortfinanzierung. Also ich schreibe das jetzt hier so. Das ist die Fortfinanzierung. Oder natürlich, es gibt eine zweite Möglichkeit beim Finanzierungsmodell, eine sogenannte Refinanzierung. Also hinten noch. Das heißt also, zwei Möglichkeiten im Wesentlichen. Man hat also entweder die Idee, es gibt also jemanden, der das bezahlt, diese Bildungsressource für die Erstellung. Das könnte sein die öffentliche Hand, das Ministerium, die Hochschule, die Bildungsinstitution, die Interesse hat also dieses Bildungsmaterial zu erzeugen. Die nimmt auch die Kosten dafür in die Hand. Das könnte natürlich sein, irgendjemand, der von einem Unternehmen das Interesse hat, dass das also nachher zur Verfügung steht. Bis hin also zur Gesellschaft, die einfach sagt, ja, wir möchten, dass das finanziert ist, dass wir das haben und nachher soll es aber allen zur Verfügung stehen. Und die Refinanzierung ist eigentlich das Umgekehrte. Man erstellt mit einem gewissen Risiko die Bildungsmaterialien und hofft, dass man dann durch geeignete Maßnahmen, das könnten jetzt Spenden sein, Werbemaßnahmen zum Beispiel, auch dieses Geld für die Erstellung also quasi wieder hereinbekommt. Ja, also Vorfinanzierung ist etwas, wie gesagt, wo eine meistens, also die öffentliche Hand dahinter steht oder auch Universitäten, Schulen, die quasi die Erstellung finanzieren. Die Erstellung vielleicht finanzieren, indem Sie sagen, das passiert innerhalb der Arbeitszeit, ich stelle also Arbeitszeitressourcen in die Hand, bis hin also zu sehr modernen Formen des Crowdfundings, wo man sagt, die Gesellschaft, man stellt das Projekt vor, schaut, ob man einen gewissen Zeitraum also die Finanzierung aufstellen kann und wenn ja, dann wird also dieses Produkt, sage ich jetzt einmal, umgesetzt und dann steht es also allen natürlich auch wieder zur Verfügung. Refinanzierung, das kann auch also sehr vielfältig sein, also der Klassiker sind natürlich, was sehr bekannt ist, sind also Werbeeinnahmen, dass man sagt, ja, pro Download gibt es eine gewisse Anzahl an Geldfluss. Man könnte natürlich hergehen, zum Beispiel andere Modelle fahren, so sagen, ich mache Werbeeinschaltungen in dem Produkt, bis hin natürlich auch zu Spenden, man sagt also, was man kennt aus dem Bereich Open Source, dass man dem Entwickler quasi Geld spendet oder auch durch andere Produkte, andere Produkte, die also nicht das Core-Produkt betreffen. Ich sage einmal, das könnte also ein Buch sein, ein Schulbuch und da gibt es also eine App dazu, möglicherweise Übungsmaterialien oder Videos und die müssen dann vielleicht als sogenanntes Add-on geringfügig bezahlt werden, mit der Idee quasi also das gesamte Prozess also wieder zu refinanzieren. Mit anderen Worten, es gibt Finanzierungsmodelle, die sind natürlich schwierig, weil diese Kosten der Erzeugung bei Bildungsmaterialien traditionell immer schon sehr hoch waren, die Stundensätze oft also natürlich gerade bei Experten sehr, sehr hoch sind und die Frage ist also, wie weit natürlich das Gesamte hier wieder finanziert werden kann und natürlich sehen wir auch in der Praxis, dass es meistens auch ein Mix ist. Man hat eine gewisse Vorfinanzierung, die ist aber vielleicht noch nicht kostendeckend oder ausreichend und dann wird zum Teil wieder über Refinanzierung eine Kombination gemacht, um also das Ganze zu finanzieren. Ja, also abschließend möchte ich noch drei Beispiele jetzt bringen, wo ich also aus verschiedensten Gründen sehr stark involviert war und die in gewissen Bereichen oder eigentlich im deutschsprachigen Raum Vorreiterprojekte sind und wo wir uns natürlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, wie kann das Ganze auch finanziert werden bzw. wie ist das also abgelaufen und dann versteht man vielleicht auch das Finanzierungsmodell besser usw. Also das erste Beispiel ist natürlich klassischerweise, ich schreibe es also hier mal her, L3T als das sogenannte Lehrbuch für Lernen und Lernen mit Technologien. Man findet es also frei zugänglich unter L3T.eu und das war also unser erstes großes Projekt, ein Lehrbuch, das wir 2011 mit damals über 180 Personen geschrieben haben und vorweg definiert haben, dass dieses Lehrbuch als freie Bildungsressource zur Verfügung stehen wird. Wir haben das Buch 2013 neu aufgelegt in die zweite Auflage mit einem weiteren Projekt, wieder über 250 Teilnehmende diesmal und heute gibt es also dieses Buch also mit zwei Auflagen freien Netz verfügbar. Was ist der Erfolg dieses Buches? Das Buch hat heute zum derzeitigen Datum über 400.000 Downloads, das heißt also einzelne Kapitel Downloads. Wenn man sagt, wir sind ungefähr vier Jahre jetzt online, heißt das, wir haben im Jahr 100.000 Downloads. Das heißt, der Erfolg an Downloadzahlen gemessen ist erstaunlich hoch, also mit dem haben wir seinerzeit natürlich nie gerechnet, dass es eine dermaß hohe Reichweite bekommt. Wir haben auch das gedruckte Buch herausgegeben als Zusatz und hier vergleichsweise eher geringe Verkaufszahlen, was jetzt nicht weiter verwundert, weil natürlich der Hauptteil online ist und natürlich auch gedacht war, dass man sich das frei runterladen kann. L3T ist vielleicht auch kein Musterbeispiel, was die Finanzierungsmodelle betrifft, weil wir ehrlicherweise sehr, sehr viel experimentiert haben. Wir haben in der zweiten Version eine Vorfinanzierung im Rahmen eines Projektes gehabt haben. Hier kann man den Dank an NetID aussprechen, die uns also für die zweite Auflage Fördergelder gegeben haben und damit war das Projekt also umsetzbar. Aber ansonsten haben wir uns sehr stark mit Refinanzierung beschäftigt. Also als Beispiel zum Beispiel eben ein Buch angeboten, Apps angeboten, auch wir haben Crowdfunding versucht in kleinem Maße, wie das funktioniert. Wir haben die Möglichkeit von Spenden eingeführt und auch von sogenannten Social Payment. Also hier kann also jeder uns also Spenden in der x-beliebiger Höhe geben. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, also das Projekt, wenn man es jetzt nur rein monetär betrachten würde, hätte sich also hier nicht gerechnet. Der Erstellungsaufwand, also jetzt mit einem Input orientierten Ansatz im Vergleich zu dem, was wir hier hinten eingenommen haben, das hätte nicht funktioniert. Aber natürlich darf man jetzt nicht unterschätzen PR und Marketing-Effekte. Wir haben 180 Personen, die als Autoren in diesem Kapitel geführt werden und die natürlich aufgrund dieser Autorenschaft vielleicht zu Vorträgen eingeladen werden, heute als Experten gelten und vielleicht also auch hier verschiedene Projekte bekommen haben, weil sie also auf das verweisen können und haben dürfen. Und das ist natürlich etwas, das schwer fassbar ist, aber auf alle Fälle gerade im wissenschaftlichen Bereich einen sehr, sehr hohen Wert hat. Und natürlich der Bekanntheitsgrad all dieser Beteiligten ist enorm gestiegen und natürlich können wir auch sagen, hat das eine gesellschaftliche Wert. Wenn wir heute so viele Downloads haben, dann haben sehr, sehr viele Personen diese Unterlagen auch verwendet und in dieser Verwendung natürlich haben wir einen Beitrag für die Gesellschaft geleistet. Das ist nicht also monetär bezifferbar, aber natürlich muss man sagen, das ist also ein großer Erfolg für das Projekt und daher ist es auch sehr erfolgreich einzustufen und hat uns auf alle Fälle bestärkt darin, OER und Bildungsressourcen weiterhin stark dafür zu kämpfen, dass die also freigegeben werden, weil wir sehen, welchen Bedarf und Möglichkeiten das Internet hier bietet. Ja, das zweite Beispiel ist der sogenannte Schulbuch-OMAT. Der Schulbuch-OMAT, ich mache ihn jetzt hier nicht im Grund, ist also bis heute aus meiner Sicht das wirklich einzige deutschsprachige Projekt eines Schulbuches, das als OER zur Verfügung steht. Hier gibt es ein Schulbuch für Biologie, sechste, siebte Schulstufe, die mit der Idee, das kann man sich frei herunterladen, frei verwenden, in seinem Unterricht einsetzen. Das Schulbuch-OMAT ist sehr spannend gestartet und zwar mit einer reinen Vorfinanzierung, Vorfinanzierung in Form von Crowdfunding. Die zwei Betreiber, die also auch im Rahmen dieses Kurses natürlich jetzt auch noch sprechen und auch das Projekt dann im Detail erklären, haben ein Crowdfunding gestartet und haben gesagt, wir möchten 10.000 Euro für das Projekt, dann ist also die Bildungsressource umsetzbar und dann bekommt also die Gesellschaft quasi dieses Buch zurück. Sie haben sehr vieles mediales Echo bekommen, weil es natürlich ein sehr neuer Ansatz war und sie haben es tatsächlich geschafft, also die Finanzierung aufzustellen innerhalb der Laufzeit und haben dann innerhalb von sechs Monaten im Wesentlichen das Buch geschaffen. Seitdem steht es online zur Verfügung, hat also auch sehr, sehr hohe Downloadzahlen und gilt für mich nach wie vor als das Beispiel eines Schulbuches, wie man es umsetzen kann und wie es auch funktionieren kann. Die Frage ist natürlich, ist Crowdfunding können wir nicht bei allen Schulbüchern machen, also die Gesellschaft wird nicht quasi in die Verantwortung zu ziehen sein, um die Schulbücher der Kinder zu finanzieren, aber sie haben eines ganz klare Zeit, sie haben ein Buch mehr oder weniger als Dienstleistung erzeugt. Das ist also nicht so, dass man das Buch nachher auf den Markt gibt und dann verkauft und das Risiko hat, dass man vielleicht zu wenig verkauft, was also meistens das Problem bei Verlagen ist, sondern man hat also den Geldtopf gehabt und hat als Dienstleistung das Buch umgesetzt. Und das hat auch die Begleitstudie, die wir durchgeführt haben, ergeben, dass es also ein sehr, sehr gutes Modell sein kann, zu sagen, wir sind Dienstleister und vielleicht die öffentliche Hand, braucht ein Buch in einem gewissen Bereich, zahlt eine Summe x aufgrund von Angeboten und bekommt zurück ein Buch und dieses Buch kann es dann als OER freigeben. Solche Modelle gibt es weltweit schon, also wenn man zum Beispiel nach Polen schaut, dann versuchen die solche Modelle umzusetzen, eben mit der Idee, dass wir dann an den Schulen und Hochschulen freie, zugängliche Bildungsmaterialien haben, durch Vorfinanzierung in Form von Dienstleistungen. Als drittes Beispiel kommt die Plattform, auf der dieser Kurs durchgeführt wird, iMOOX. Ist ja auch, wie ich eingangs auch erwähnt habe, eine sogenannte OER-Plattform. Die Idee von iMOOX ist nicht nur offene und freie zugängliche Kurse zu schaffen, sondern wirklich im Sinne von Open bei MOOX, also ist es ja immerhin das zweite große O, Open zur Verfügung zu stellen. Das heißt, alle Bildungsmaterialien, die wir hier anbieten, bleiben verfügbar. Das heißt, dieser Kurs wird auch am Ende noch online bleiben und die Videos können also von Ihnen in Ihrem Unterricht weiterverwendet werden. Das heißt, das ist explizit gewünscht. Und wenn Sie zum Beispiel eine Weiterbildungsmaßnahme in der Erwachsenenbildung haben und sagen, Sie möchten etwas über Finanzierungsmodelle machen und ich habe Ihnen vielleicht in diesen zwei Minuten das gut erklärt, dürfen Sie ohne Probleme urheberrechtlich das in Ihrem Weiterbildungskurs zeigen und darüber diskutieren. Das ist also wie gesagt ausdrücklich gewünscht. Also iMOOX. Jetzt muss man sich sagen, wie wurde iMOOX finanziert oder wie kann ich überhaupt diese Plattform finanzieren. Wir haben dazu also eine Masterarbeit gemacht und uns in sehr, sehr viele Richtungen, Überlegungen angestellt. Wir haben überlegt, ob es sinnvoll ist, zum Beispiel dem Lehrenden zu sagen, er muss 20 Euro zahlen, dann darf er den Kurs bei uns anbieten. Und sind dann nach vielen Rechnungen also mehr oder weniger darauf hängen geblieben, dass es auch hier im Wesentlichen um Vorfinanzierung geht. Die Plattform selbst ist durch einen Fördergeber, in dem Fall das Land Steiermark, der Zukunftsfonds, wesentlich gefördert worden, zusammen mit den beiden Universitäten, also Universität Graz und Technische Universität Graz, die also gesagt haben, es ist uns also das Projekt das Geld wert. Und wir haben es umgesetzt, also in Form einerseits von Fördermitteln und auf der anderen Seite von Personenressourcen aus den Universitäten. Die haben das umgesetzt, damit ist die MOOC-Plattform entstanden und eine Reihe von Kursen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann das weiter Bestand haben. Die Fördermittel, wie Sie wissen, sind bei einem Projekt, denn das sind natürlich wieder vorbei. Und jetzt haben wir, hat also die Universität und die TU Graz gesagt, wir werden das also weiter in Form von Personalressourcen versuchen zu betreiben, auf so viel wie es nötig ist, weil das natürlich sehr viel Geld kostet. Und dann haben wir gesagt, woher könnten noch weitere Geldmittel kommen. Und bisher ist unsere Idee, diese Online-Kurse selbst mehr oder weniger in der Erstellung zu verkaufen. Das heißt also, wenn jemand bei uns einen Kurs machen will, dann kann er sagen, ja, er will diesen Kurs hier anbieten. Dann kommt, je nachdem, was wir für eine Dienstleistung erbringen müssen, ist das zu finanzieren. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel die Videosproduktion müssen, dann werden also einfach die Videoerstellung ganz normal, wie es am Markt üblich ist, abgerechnet. Und dann steht es wieder allen zur Verfügung. Das heißt, wir haben keinerlei Werbemaßnahmen derzeit drinnen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir verkaufen auch keine Einzelteile. Wir ziehen auch die Kurse nicht wieder zurück, sondern leben eigentlich, dass dieser Kurs in der Erstellung grundsätzlich bezahlt wird. Und natürlich die Erstellungskosten des Kurses auch den Betrieb der Plattform querfinanzieren. Das muss natürlich dabei sein, weil wir rechnen, wie hoch ist, aber was natürlich auch das kostet. Und so versuchen wir derzeit hier bei iMUX das Finanzierungsmodell umzusetzen. Abschließend, und das ist vielleicht das Wesentliche, was ich aus dieser Einheit ihr mitgeben möchte, wir haben eines klar gemerkt bisher, dass die Vorfinanzierung auf alle Fälle das bessere Modell ist, weil es geht meistens doch um höhere Summen. Und die sind zum Beispiel vergleichsweise in Refinanzierung, bei Verkauf von Apps, von Büchern oder auch bei Social Payment sind die Gewinnmargen sehr gering. Und man bräuchte eine sehr, sehr hohe Anzahl, um quasi diese Ressource hier wieder zu refinanzieren. Und das ist vor allem bei deutschsprachigen Inhalten durchaus problematisch, weil der deutschsprachige Raum natürlich viel überschaubarer ist als der englischsprachige. Und dann natürlich man Probleme hat, die kritische Masse zu bekommen, die man brauchen würde, um zum Beispiel die Anzahl der Apps zu verkaufen, damit man auch tatsächlich hier die Refinanzierung erreicht. Das heißt also, wir konzentrieren uns hauptsächlich auch Vorfinanzierung. Das können genauso private Unternehmen sein, Bildungsinstitutionen bis hin zur öffentlichen Hand, die Interesse haben, Bildungsinhalte in die Gesellschaft zu bringen und sich dadurch Reichweite versprechen und sagen, okay, wir können unsere Bildungsinhalte besser zugänglich machen, damit können die Lernenden besser erreicht werden, mehr mit den Materialien machen und letztendlich ist dann der öffentliche Bildungsauftrag besser im Wesentlichen erfüllt. Vielen Dank.